Nein, zur Blockade. Ja, zur Solidarität mit Kuba. Und ich frage euch, stellt Kuba Waffen her oder exportiert es welche? Kubas Waffen sind Bücher und seine Schützengräben sind Schulen und seine Führer sind Lehrer. Und was Kuba nicht liefert, sind politische Alphabeten oder ungewilderte Politiker. Deshalb frage ich euch alle. Warum hat der Kapitalismus solche Angst vor Kuba? Eine Insel, die weder Waffen exportiert noch verkauft. Was haben wir euch angetan? Nein zur Blockade und ja zur Solidarität mit Kuba. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 địckern Sie Ch бы zum nächsten Mal. Sie sehen uns beim nächsten Mal. Zusammen